Hey du, was empfindest du, wenn du dieses Bild siehst? Was für Gedanken schießen dir da durch den Kopf? Denkst du, oh mein Gott, ist die fett? Ist die hässlich? Hast du Mitleid? Denkst du, mein Gott, die müsstest du aber jetzt mal abnehmen? Oder denkst du, hey, eine freudige Frau, lacht, hat Spaß. Was macht dieses Bild mit dir? Was löst es in dir aus? Empfindest du vielleicht sogar Liebe? Hey du, ja, das bin ich, ja, das bin ich vor knapp 30 Jahren, ja, ist das schon her, knapp 30 Jahre ist es schon her. Ja, in dieser Zeit ist unheimlich viel passiert und mit diesem Bild verbinde ich eine, ja, eine spannende Entwicklung. Und das Video wird hier kein Vorher-Nachher-Video, Vorher-Ich-war-so-hässlich-Video und jetzt das Video hier, jetzt bin ich so hübsch und so schlank und so tralala, denn ich bin es nicht. Ich war weder dort, damals war ich schlank, noch bin ich das jetzt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht, ich möchte dir, ja, diese kleine Geschichte erzählen, die ich mit diesem Bild verbinde. Als ich das erste Mal dieses Bild gesehen habe von mir, habe ich gedacht, ich muss irgendwo hin kotzen, ja. Ich fand mich hässlich, ich fand mich fett, ich fand mich unanselig. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie mich überhaupt jemand lieben kann, so hässlich und so fett, wie ich doch eigentlich bin. Das waren damals meine ersten Empfindungen. Und es war für mich auch eine sehr schwierige, eine sehr intensive Zeit, eine Zeit der Selbstfindung. Es war aber eine Zeit auch vor allen Dingen der Selbstdeckelung, ja, weil ich mich zurückgehalten habe. Ich habe mich zurückgehalten mit dem, was ich wirklich bin, wer ich wirklich bin und so weiter. Und ja, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ich habe viel, viel mehr Bewusstseinsarbeit betrieben. Und ich habe Jahre später, habe ich mir dieses Bild wieder angeschaut. Und Jahre später habe ich immer noch gedacht, mein Gott, ich war ja ganz schön fett, ja. Weil als ich mir das angeschaut habe, da hatte ich schon ganz schön abgenommen, war schlanker, viel, viel schlanker. Ich habe mich gut aussehen gefühlt, wohl in meiner Haut und so weiter. Und aus dieser Perspektive betrachtet, habe ich das Bild eher so ein bisschen mitleidig betrachtet. Und ja, genau, also eher so mitleidig. Eine kurze Zeit später, also ein paar Jahre später, ist mir das Bild wieder in die Hände gefallen. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass dieses Bild, ja, dass das mit sehr viel Freude verbunden ist. Also, dass ich damals, ja, total viel Spaß hatte, total viel Freude. Weil es war nämlich ein richtig, richtig geiler Abend. Das war ein Abend mit viel Liebe, mit viel Freude, mit Menschen, die ich liebe. Also, es war einfach genial. Und so ist das Bild entstanden, weil wir ziemlich viel Spaß hatten. Und wie gesagt, nach einer gewissen Zeit habe ich das auch wieder erkannt. Und ja, da habe ich eigentlich gedacht, ey, cool, das ist doch gut, ja. Also, ich bin im Frieden mit mir. So, dann ist Folgendes passiert. Ich habe letztes Jahr wieder etwas zugenommen. Und das ging relativ schnell und ich bekam wieder dieses Gefühl, oh mein Gott, ja, ich muss aufpassen, sonst werde ich ja wieder so fett wie früher. Und das fand ich spannend. Und in dem Zusammenhang bin ich wieder über dieses Bild gestolpert. Und als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich sehe ich nicht irgendwann wieder so aus wie auf dem Bild. Und als ich das so dachte, ist mir aufgefallen, dass ich von Selbstliebe echt meinen Weinen fern bin. Hey, es ist eine Sache, wenn du dich gut fühlst und, ja, wenn alles wunderbar ist, zu sagen, oh ja, damals, ja, also, ja, aber so werde ich nie wieder aussehen. Ich bin ja froh, dass ich so aussehe wie jetzt. Und ganz ehrlich, mir ist klar geworden, im Zusammenhang mit meinem Zunehmen, mit diesem Bild, dass ich genau dieses Bild, dieser Heidi Marie, diesen Anteil in mir genauso lieben darf, wie ich jetzt bin, wie ich 20 Kilo weniger, 50 Kilo mehr und so weiter. Ja, es geht viel tiefer. Dieses Bild hat mich wirklich inspiriert, dahinter zu schauen, zu schauen, wo bin ich wirklich in der Liebe? Bin ich wirklich in Frieden mit mir? Auch wenn ich eben wieder mal etwas zugenommen habe und, ja, wie sich das anfühlt. Und ich habe mir das Bild länger betrachtet. Und je länger ich es mir betrachtet habe jetzt, ist mir aufgefallen, wie schön ich eigentlich bin. Wie wunderbar ich strahle. Ich habe damals schon gestrahlt und das tue ich genauso. Und ich habe das jetzt wieder gesehen. Ich habe es erkannt. Und ich habe mich auch umarmt. So kräftig, auch wenn ich die Arme dann um mich herum nicht gekriegt hätte, auf diesem Bild. Aber es ist egal, wie viel ich wiege, wie ich aussehe. Und es geht genau darum, das war für mich meine Aufgabe, meine Herausforderung, meine Challenge, ja, dahin zu schauen. Und mich, diesen Anteil in mir, auch komplett anzunehmen, ja, und komplett im Frieden damit zu sein. Und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an, dieses Bild jetzt zu betrachten und, ja, dieses Strahlen zu sehen, diese Freude zu sehen. Zu sehen, was wirklich da ist, ja. Und es nicht nur auf das Äußere zu reduzieren, sondern wirklich hinzuschauen, mich wirklich zu erkennen. Und das ist wirklich ein so wunder-, wunder-, wunderschönes Gefühl, dass ich jetzt, wenn ich nur drüber rede, total berührt bin. Und ich möchte dich bitten, ja, vielleicht auch bei dir mal die Bilder herauszusuchen, wo du dich total hässlich findest. Ja, und dir die Bilder anzuschauen und mit diesen Bildern Frieden zu schließen, mit diesen Anteilen in dir Frieden zu schließen. Und diese Bilder ein Stück jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben, diese Anteile in dir immer mehr zu lieben. Weil genau darum geht es, ja. Es geht darum, dass wir uns ganz annehmen. Egal, wie wir aussehen und so weiter. Und bei mir war es eben das Aussehen. Bei mir ist es immer irgendwie mit dem Zu- und beim Abnehmen gewesen. Und für mich sind das riesengroße Schritte, riesengroße Schritte zu mehr Liebe, zu mehr Selbstliebe, zu mehr Frieden. Und ganz ehrlich, und in dem Zusammenhang ist mir auch nochmal wirklich so klar geworden, ich kann kein Frieden in der Welt beschreien und ich kann nicht fordern, dass Frieden in der Welt ist, wenn ich mit mir nicht in Frieden bin, wenn ich noch nicht mal mit meinen Kilos in Frieden bin. Wie kann ich dann Frieden ausstrahlen? Wie kann ich Frieden in die Welt bringen? Und dieses Bild erinnert mich jetzt immer wieder daran, ganz bei mir anzukommen, ganz in Frieden mit mir sein und mich selbst zu lieben, mich selbst zu feiern. Und das wünsche ich mir für dich und für jeden anderen auch. Und das wünsche ich mir für dich und für jeden anderen auch.